So, grüßt euch Freunde. Ich habe mir jetzt etwas Neues gekauft. So, der Everyday Flycam. So, dann schauen wir mal. So, dann schauen wir mal. So, dann schauen wir mal. So. 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 So, dann schauen wir mal, was hier dabei ist. Ich nehme an, das ist die Drohne. Das sind die Propeller. Ne, die. Wie nennt sich das? Die Propellerschutz. Bedienungsanleitung. Das ist der Charger. So. Und weitere Müll. Ach, die Akkus. So, dann packen wir mal aus. So. Akkus Nr. 1. Akkus Nr. 2. Akkus Nr. 3. 1. Ah, das ist schön. Wieder ein Müll. Einmal. Zwei Mal. Zwei Mal. Zwei Mal. Und dreimal. So. So. Das Thema auch durch. Das sind die Akkus. Hier ist der Müll. So. Was ist hier schönes drin? Der Charger. 1,5 Ampere. 24 Volt nur. So. Ist jetzt nicht so viel. Ist jetzt nicht so viel. So. Aber was gepackt. So. Was ist hier alles schönes drin? Uh. Ganz viel Bedienungsanleitung. Döööööööö. Quickstart is serious. Ja. Ist auch irgendwie keine Soldiers. Was ist hier? Yes. Wechat. flying easy driving is complex okay das baue ich auf alle fälle dann später aber jetzt erstmal noch nicht so was ist hier in der großen box drin die teile die würde ich sagen wandern direkt wieder rein weil ich einfach nicht brauchen kein mensch fliegt den propeller schutz jetzt kommen wir zu den coolen teilen die box schon mal auf alle fälle genau die gleiche wie vom DJ Osmo Mobile Prime wie klein die ist geil 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 so das ist wo das ist gerade unbegreiflich wie klein die Drohne ist wie klein und handlich die Drohne ist ne da fehlen wir gerade die Worte süß einfach süß so tun wir erstmal weg das ist der Funke mit schönen Müll ringsrum stimmen diese auch ohne die Sticks legen wir auch noch ein paar seite Ersatzpropeller was sehr wichtig ist das Ladegerät wo alle drei gleichzeitig die werden simultan geladen einmal zweimal dreimal schon cool press long button press long button press long button owns to check battery status ok wo sehe ich jetzt hier was lädt nicht dji das müsste garantie sein das haben wir hier schönes drin auf alle fälle die Kabel was ich als ziemlich wichtig empfinde na das muss ich ja alles auspacken weil die DJI Sachen pack ich so gerne aus weil die Verpackungen ach herrlich na komm so drei Kabel Micro USB Lightning USB Typ C würde ich jetzt sagen alle abgedeckt was ist hier noch drin das müsste genau das ist das Ladekabel für den Batterieblock um zum laden ja das passt einmal zweimal was hier noch drin das sind die Sticks für die Fernbedienung sehe ich jetzt erst einmal zweimal schauen wie das funktioniert ich nehme alle rein schrauben oh herrlich oh herrlich wie immer hochwertig auch Müll und das ist der Schraubenzieher für das wechseln der Propeller ja dann würde ich sagen genau hier ist ein Propeller drin und hier sieht man nochmal das ist eine Anleitung wie man die Drohne rein zu tun hat das heißt die Propeller einmal so und einmal so einfach zusammengeklappt ne gut dann lade ich jetzt mal an und dann schöne Tasche richte ich das Ding ein auch clean so open so eu Ju